Erinnert euch bitte mal ein paar Monate zurück und denkt an das Ende vom damaligen Nummer 1 Switch-Emulator Jutsu. Und damals wurde gesagt, dass Jutsu offline genommen wurde, weil sie manche neuen Funktionen hinter einer Paywall versteckt haben. Das heißt, man musste über Patreon bezahlen, um eben die neueste Version zu bekommen. Und eben dieser Monetarisierungsgedanke hat dazu geführt, dass Jutsu damals, wie gesagt, offline genommen wurde. Aber es hieß auch zum damaligen Zeitpunkt, dass Ryujinx, und das war eben der zweite große Switch-Emulator, sicher wäre. Eben weil sie diese Praktik so nicht verfolgen und Ryujinx generell kostenlos ist. Aber vor wenigen Stunden ist dann das Unmögliche passiert und Nintendo hat Ryujinx offline nehmen lassen. Beziehungsweise Ryujinx hat sich auf Druck von Nintendo dazu entschieden, das komplette Projekt einzustellen. Und damit ist Ryujinx zum jetzigen Zeitpunkt tot. Wir schauen jetzt mal im Video auf das offizielle Statement und überlegen auch einmal, was das Ganze für die Emulation generell bedeutet. Beziehungsweise ich werde euch auch meine Theorie mitteilen, warum das Ganze jetzt so stattfindet und nicht schon vor 3-4 Monaten oder vielleicht in naher Zukunft, sondern eben genau zum jetzigen Zeitpunkt. Aber gucken wir erstmal rein, was passiert ist. Auf dem Twitter-Account von Ryujinx ist folgendes Statement aufgetaucht. Dort schreibt Rip in Periperi, gestern wurde GDK-Chan von Nintendo kontaktiert und ihm wurde ein Deal angeboten, damit an dem Projekt aufgehört wird zu arbeiten und das generell alles eben von diesem Projekt entfernt wird. Aktuell wartet Rip in Periperi noch darauf, ob dieser Deal angenommen wird oder nicht. Aber die Organisation wurde bereits entfernt, sodass es relativ sicher ist zu sagen, was das Ganze nun bedeutet. Da er halt keine Panik oder Spekulationen anheizen möchte, hat er sich dazu entschieden, diese kurze Nachricht zu schreiben und einmal ganz kurz zu sagen, was denn los ist. Und das heißt natürlich, das Projekt ist jetzt tot. Er gibt aber auch tatsächlich einen Ausblick darauf, wobei es ist ja kein Ausblick, sondern er sagt uns, an was aktuell gearbeitet wurde, was wir aber, so wie es aktuell aussieht, niemals zu sehen bekommen. Er sagt, es gab einen funktionierenden iOS-Port, der wirklich gut lief und dass es wirklich nicht leicht war, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Der iOS-Port hatte allerdings keine UI, also das heißt, ihr hattet keine grafische Benutzeroberfläche, mit dem ihr das Ganze hättet bedienen könnt. Außerdem gab es aber auch einen Android-Port und der Android-Port hatte eine UI, allerdings gab es ein paar Treiber- und OS-Probleme, sodass das Ganze nicht in einem Status war, in dem man den Port hätte releasen können. Außerdem sagt er noch, dass es Weiterentwicklungen gab, auch hinsichtlich der User-Experience und das wäre seiner Aussage her die wahre Evolution gewesen, aber wir werden das Ganze nie zu Gesicht bekommen. Außerdem schreibt er noch, dass dieser Wunsch nach Perfektion das gewesen ist, was eben das Rio Jinx-Team von anderen Teams abgesetzt hat, aber das, wie gesagt, jetzt zu Ende ist. Und er wird nicht in der Switch-Szene verbleiben, sondern wird sich nun anderen Dingen zuwenden, glaubt aber eben trotzdem an die Emulation als ganze Sache. Also, Rio Jinx ist tot. Was bedeutet das Ganze nun für Steam Deck-User oder für Leute, die auf anderen Systemen oder auf ihrem PC beispielsweise die Switch emulieren wollen? Offiziell gesehen gibt es halt kein großes Projekt mehr, an dem jetzt so gearbeitet wird, denn Jutsu ist tot und Rio Jinx ist tot. Was natürlich trotzdem bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr habt immer noch die Möglichkeit, auch wenn ihr die Emulatoren nicht mehr von den offiziellen Seiten herunterladen könnt, dass, wenn ihr bereits einen funktionierenden Emulator beispielsweise auf eurem Steam Deck habt, den auch weiterhin benutzen könnt. Das heißt, das Ding ist jetzt nicht offiziell illegal geworden. An der Rechtslage hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn ihr Raubkopien benutzt und das Originalspiel nicht besitzt, dann ist das Raubkopiererei und das wird auch weiterhin Raubkopiererei sein. Aber nur weil ihr jetzt weiterhin Rio Jinx oder eben Jutsu auf eurem Gerät habt, ist das per se erstmal nicht illegal. Es kommt ganz darauf an, was ihr damit macht, was ihr eben für Spiele abspielt, ob ihr das Original besitzt oder nicht. Das heißt, die alten Versionen funktionieren aktuell trotzdem problemlos weiter. Nur es wird eben keine Neuentwicklung geben. Und gerade wenn dann neue Spiele eben für die Switch rauskommen, die dann mit irgendwelchen Updates der Emulatoren gepatcht wurden oder geupdatet wurden, sodass diese Spiele dann besser liefen, das werdet ihr in Zukunft nicht mehr bekommen. Und genauso werdet ihr eben nicht den iOS-Port bekommen. Ihr werdet nicht den Android-Port bekommen. Aber es ist schon davon auszugehen, dass es auch Forks von Rio Jinx geben wird. Das heißt, jemand schnappt sich letztendlich die Code-Basis und führt das Projekt unter einem anderen Namen fort. Meiner Meinung nach sind diese Forks aber in der Regel, wenn da nicht die gleichen Leute hinterstecken, nicht wirklich überlebensfähig. Einerseits wissen wir nicht, wird sich auch Nintendo darum kümmern, wenn die dann eine gewisse Größe erreichen. Und andererseits fehlt auch einfach oft der Skill und man ist nicht tief genug in dem Projekt drin, um das eben wirklich mit einer vernünftigen Basis weiterzuführen. Also, kurz nochmal zusammengefasst. Ihr könnt eure alten Versionen weiterhin nutzen. Ob es illegal ist oder nicht, hängt davon ab, was ihr dann eben damit macht. Aber das Programm bzw. der Emulator selber ist nicht illegal. Wie gesagt, es kommt darauf an, was ihr damit macht. Und es ist sehr interessant, dass wir jetzt wieder so eine Offensive von Nintendo haben. Denn es gab bereits die Meldung, dass sie nun aktuell gegen Seiten vorgehen bzw. gegen Videos vorgehen, die eben emulierte Spiele auf anderen Systemen zeigen, also Nintendo-Spiele. Und jetzt eben dieser Schlag gegen Rio Jinx. Meine Theorie, und da sage ich nochmal ganz, ganz klar, das ist eine Theorie, ist, dass das mit dem kommenden Switch 2 Release zu tun hat. Denn ihr wisst ja, dass sich die Gerüchte absolut verdichten, dass es bald soweit sein wird mit einer Switch 2 oder wie das Gerät dann am Ende eben heißen wird. Und wenn jetzt wirklich dafür gesorgt wird, dass diese großen Projekte oder eigentlich dieses eine letzte große Projekt, welches sich eben noch dem Thema Switch-Emulation widmet, wenn das nun komplett auf Eis gelegt wird, die Leute auseinandergetrieben werden, sodass eben nicht mehr daran gearbeitet wird, dann entzieht man der Switch 2-Emulation jegliche Substanz. Das heißt, wenn dann die Switch 2 rauskommt, dann gibt es eben kein Team mehr, welches sich dann als Team mit geballtem Wissen eben auf dieses Thema stürzt. Und meiner Meinung nach hat das einfach zu bedeuten, dass es mit der Switch 2 tatsächlich, beziehungsweise mit der Ankündigung, nicht mehr allzu lange hin ist. Und wie gesagt, dass von Anfang an dafür gesorgt werden soll, dass eben nicht die Switch emuliert werden kann. Denn aktuell ist es so, dass ihr wirklich jedes Spiel eben mit einem Emulator spielen könnt. Mal mehr, mal schlecht. Das kommt auch immer auf das System an, gar keine Frage. Und aufgrund der schwächeren Hardware der Switch lässt sich eben diese aktuell gleiche Konsolengeneration emulieren. Und das ist wirklich was Besonderes. Dem will Nintendo mit diesem Schritt garantiert entgegenwirken. Wie gesagt, dass es kein großes Team mehr gibt, welches mit geballtem Manpower sich dann eben auf den Nachfolger der Switch stürzen wird. Von daher ist dieser Schritt aus Nintendo-Sicht absolut logisch. Ihr schreibt mir jetzt aber gerne in die Kommentare, was ihr denn genau zu diesem Thema sagt. Ist euch Emulation eher egal? Ist euch Emulation wichtig? Sagt ihr okay, Emulation ist okay? Solange man sich auf die letzte oder vorletzte Konsolengeneration konzentriert, aber aktuelle Konsolengenerationen sollte man nicht emulieren. Bin ich absolut gespannt auf eure Meinung. Sollte es zu diesem Thema weitere Infos geben, dann werdet ihr das selbstverständlich hier bei mir erfahren. Für heute bin ich aber raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.